Hallo und herzlich willkommen bei MoviWatch. Wie der Name schon erahnen lässt und auch die Kulisse hier dreht sich hier natürlich alles rund ums Thema Film, namentlich um Filmkritiken. Früher habe ich ja viele Jahre lang für zahlreiche bekannte Medien geschrieben. Heutzutage mache ich das sozusagen standesgemäß in Form von Videos und mit einem ganz besonderen Trick, denn diese Videos, die nehme ich gleich nach der Vorführung noch hier im Kino auf. Ganz einfach aus dem Grunde, dass dich die Eindrücke und Emotionen so frisch und unverfälscht wie irgendwie möglich festhalten möchte. Ich stelle mir das quasi so vor, wie wenn man mit einem Kumpel ins Kino geht und beim rausgehen fragt er dann, und wie fandst du es? Und dann spudelt man los, frisch von der Seele weg, ganz offen und ehrlich. Ich habe ja schon ein paar Videos hier im Programm, vielleicht schaut ihr euch mal ein paar an und wenn es euch gefällt, dann bitte denkt doch daran, meinen Kanal zu abonnieren und weiter zu empfehlen. Ich sage im Voraus vielen Dank und natürlich viel Spaß im Kino.